und damit herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft mit never yes wir sehen jetzt hier wenn du sagst du musst mal slash event machen und dann noch mal slash warp wüste dann kommst du in das richtige event rein mir geht es gleich richtig los also ich hab schon echt tschüss vier runden noch also jungs ich nehm auf neigefressig irgendwie sind praktisch creepy pasta kind ist vendetta ja cool das wird eigentlich zusammengeschrieben und pasta bedeutet gut und egal ja deswegen wo mit wo mit wo mit diesem stück worden der netzglähe ist weg guten abend so ist auch dabei um was habe ich drin du kennst justus never wie heißt der kanal wie heißt das let's play zweimal darfst du raten wie ich heiße und wie ein lp über inside mein heisst Eindeutig ist Magic mein EP. Richtig. BimpfTV spielt Kuchenbacken. Ey, wo hast du dich hingefordert? Ich bin immer noch wieder drin. Kämpfen? Sg. Bekannt, dass man nachher der Runde gebannt wird. Leute, ich habe jetzt einen neuen PC. Ich guck's mir an. Happy Boss Bane Nuspli. He he, ich kann machen. Echt Nuspli? Ich hab morgen. Happy Birthday. Hey. Kannst du mir gerade mal sagen? Ich hab keinen Bock in den Loch zu setzen. Kommt hier raus. Das ist wichtig. Können Sie mir das sagen? Lebt noch einer außer Long Crafter HD? Lebt noch einer außer Long Crafter HD? Ich hab noch mal aufs Gesicht schießen, dass der stirbt. Ich hab eine Lebensanzeige hier. Wie viele Leben die alle haben. Das hab ich ja noch drinnen. Wo ist er hin? Satzzeichen sind keine Rudeltiere. Hey. Könntest du mir bitte erklären, wie ich mich hier rausporte? Bist du hier irgendwo drin, wo die ganzen vielen Leute sind? Ich bin immer noch in der Wüste. Ich sag dir doch, mach Slash Event und dann machst du nochmal Slash Mob Wüste, dann kommst du ins richtige Event rein. Solltest du dich beeilen, ich geht gleich wieder los. Ja, also liebe Freunde, wir müssen ja noch müssen warten. Schmiede. Kenne ich auch noch. Ich bin da. Bist du hier? Mit meinem, mit meinem geilen Skill. Ja, da ist er! Wie was er kennt. Was ist das für ein Skill, Mann? Guck dir mal bitte mein hinteres Bein an, Alter. Da ist ein Augengewang. Du hast keine Beine. Oh, geht los, geht los, geht los, geht los. Doch, ich hab eine. Ich hab nicht meine Waffe. Na gut. Na super. Das ist flimmert zu komisch, Mann. Bum. 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 Ich habe ein Erfolg, ich habe meine Inventare öffnet. Ich bin gut. Nein, ich bin tot. Tot. Äh, Warpwüste. Ich bin tot. Bist du nicht mehr rausgegangen, oder was? Nun, ich hatte nicht meine Wachstum, ich musste da erst mal Kitsdata machen. Nein, das kannst du dir alles herausnehmen aus dem Free-Shildern. Wo sind Free-Shilder? Na, das die Leute. Die war voll überfragt. Kitsdata darfst du gar nicht nutzen. Glaube ich. Muss du. Doch, altes wäre doch zu nutzen. Doch, okay, ja, ist nur das. Ich bin immer noch zufrieden, um Free-Shilder zu finden. Alla, ich bin gerade überfragt, das so. Was, das war schon die vierte Runde? Das ist ja fies. Na Gott, meine Verbindung bleibt. Auch verleckt meine Verbindung. Das geht jetzt nicht. Ja, ich glaube, ich habe mich noch was nachher machen, wo ich nachher hingehe. Es sind nur mit Eisenschweidern Leder ausgekämpft. Keine Bögen, keine verzauberten Items, kein Dia-Schwert. Jetzt weiß ich, wo die Free-Shilder sind. Danke. Die, wo Free draufstehen, richtig. Ja, ich bin schlau. Langsam werde ich verziehen. So, äh. Kübiskuchen. Sehr schön. Ja. Sehe ich denn jetzt besser aus, mit der Rüstung? Ich habe keinen, ey, ich habe keinen rechten Arm. Was war los? Ja. Ey, guck dir mal mein Gesicht auf, wenn ich die Rüstung gerade. Na, wie soll die Folge, die ich gerade aufnehme, bitte schon trau zu sein? Vielleicht erwarten die das des Cleams. Dann würde ich nicht sagen Folge. Ah. Ja, was gibt Leute, die wissen müssen. Sind halt, ah, nicht so, sind halt manche Leute nicht so hochprogrammedien. Nicht wahr. Ähm. Ich habe nicht mal die Free-Shilder gefunden gehabt, also okay. Pommes Bunker lebt noch. Also, jetzt muss man gucken, dass wir irgendwie gewinnen hier. Es gibt wirklich kein Team-Building, geil, also wir sind feinder da draußen. Langsam. Ach, alle gegen alle? Ja. Oder was? Wer gewinnt, kriegt eine Kiste voll mit Items. Ich laufe mal ganz schnell. Ja, ganz normal, ich gebe dir noch recht an meinem Grundstück einfach. Ja, so. Das ist bestimmt eher noch kein, hast du noch Geld? Also, ich habe noch 50.000 gehabt. So kann ich das sehen. Kannst du sagen? Ja, ist gleich money. Okay, stopp, jetzt geht wieder los. Dann go. Ich werde so verkacken, Alter. Und der Sinn der Runde ist einfach auf die Fressung. Ja, ne, möglichst nicht dir selber. Das kriege ich auch, stell dir vor. Ich bin so, ich bin so intelligent. Ich bin so intelligent, ich kann das. Lege weg, ich mach dich nicht, nein, nein, ich bin tot. Und das klingt schnell. Ich muss gerade mal gucken. Schäler. Und das sind die Ultraschäler. Die laufen bestimmt besser als die normalen Schäler. Oh Gott, ich will. Nein! Das kann nicht sein! Ich bin so, ich bin so, ich bin da draußen. Da kann man euch zurückporten. War mal kurz. Ich kann mal Pitchback ändern. Einmal nochmal Warp MP3. Ich weiß nicht, ich müsste es auch oben zu gehen. Nee, geht nicht. Warp MP3. in die drei noch und mit ihm hälfte also muss man auch zurück zu finden für die das kann man das gar nicht mehr die kunden wo er mit drei Gibt es eigentlich noch Paintball? Wie komm ich da hin? Ey, ich hab nen normalen Skin? Nein, hast du nicht? Oder? Doch, bei mir hab ich noch mein Skin. Ich bin normal in Minecraft Steve, gerade hier. Thanks. Gib mal, dass wir uns in den Chat steht ein. Slash Paintball. Ich hab Bock mit dir ne Runde Paintball zu spielen. Alter, meine ganzen Scores wurden zurückgesetzt. Ist gemein. Ähm. Verlassen mit Paintball. Ach, hier steht's. Äh. Rang benötigte Punkte. Recute. Sergeant. Leutnant. Captain. Major. Colonel. Colonel. Commander. Master Chief. Achso, jetzt geht's gleich los. Sind wir in einem Team? Weiß ich nicht. Warte. Ey, der da? Warte, ich muss deinen Shadow kurz ausstellen. Ja, ich bin da. Ich muss deinen Shadow kurz ausstellen. Ja, ich bin da. Warte, was ich gerade mache. So. Ähm. Nein, ich bin nicht wo reingefallen. Oh, nein. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm mit 3 O, alter. Nee. Stirbst du da gerade dran? Wir zwei spielen gegeneinander, ist dir klar, ne? Äh, nein. Ich sterbe nicht daran. Aber. Ich komm hier nicht raus. Komm auch runter. Wer hat gewonnen? Ich. Ich. Wo steht's denn? Du hast getroffen. Da im Chat. Was? Was? Was ist das? Du hast getroffen? Wo steht denn getötet? Keine Ahnung. Ach da, der stand hier. Ach da, der stötet den Nevergast. Scheiße. Ich kann das nicht. Ich bin neu hier. Bist du schon wieder da unten? Ich bin immer noch da unten. Und ich komm da nicht hoch. Ich wurde neu gespawnt. Du bist ja auch gestorben. Ich nicht. Aber es gab ja gar kein neues Spawn. Jetzt bin ich neu gespawnt. Das Problem ist, das Game ist recht dunkel bei mir. Schnell dich mal halt. Ich nur bei dir. Ja, ich hab's aber auch düster eingestellt. Deswegen. Wo bist denn du? Da. Wo? Ja. Sag das du. Ja. Weil wir nur alleine sind. Weil wir nur alleine sind. Kriegen wir glaube ich beide zwei Leben. Und ich glaube ich hab gewonnen. Du hast gewonnen, ja. Ja. Juhu. Juhu. Ähm. Meine. Meine. Warte mal. Ich muss dann meine Minimap ausmachen. So. Dann sehe ich mich wenigstens. 200% Schüsse. Was habe ich denn jetzt für Punkte? Punkte. Wo steht Punkte? Äh. Trefferquote 6. Die Zeit 9. Die Zeit 9. Die Zeit 9. Ach der Punkt 20. Was ist das denn? Hä? Was ist das denn hier? Das ist voll die komische Map. Da unten ist es schwarz. Ich weiß nicht. Kann man da runter springen? Wo bin ich hier? Das macht mir Angst. Ich bin hier weg. highmer 6. Der Punkt 20. Knick so水.